Ein Schlangenbiss kann tödlich sein, vor allem der von einer Giftschlange. Du brauchst sofort ein Antiserum. Völlig unverantwortlich wäre es, dir als Therapie einfach ein Bild von dieser Schlange anzuschauen. Aber so was Beklopptes fordert Mose von seinen Leuten in der Wüste. Der Hintergrund. Das Volk Israel hatte ein echtes Wunder erlebt. Gott hatte sie tatsächlich aus dem KZ Ägyptens befreit. Womit keiner gerechnet hatte, das war Wirklichkeit geworden. Sie waren frei. Sie waren auf dem Weg in ihre alte Heimat. Dahin, wo es ihnen gut gehen wird. Und Gott begleitet sie. Seine Überraschungen entdecken sie jeden Tag. Haben sie nichts mehr zu trinken, finden sie eine Oase. Gehen sie abends mit knurrendem Magen ins Bett, finden sie morgens etwas Knuspriges, Unbekanntes. Manna, Wunderbrot, das sie satt macht. Trotzdem schimpfen einige rum. Keine Lust mehr, diese Wüste zu durchqueren. Wieso muss Gott uns durch diese öde Gegend führen? In Ägypten wäre es alles viel besser. Freiheit ist mir egal, Hauptsache ich habe den Bauch voll. Und da passiert es. Schlangen beißen zu, die sich im Sand versteckt hatten. Und jetzt? Gott sagt zu Mose, mach eine Schlange aus Kupfer und hänge sie an eine Stange. Wer gebissen wird und auf diese Kupferschlange schaut, wird nicht sterben. Sehr hintergründig, diese Geschichte aus dem Alten Testament. Denn sie macht deutlich, was passiert, wenn man Gott gegenüber misstrauisch wird. Die Frage, liebt Gott mich überhaupt? Warum laufen sonst die Sachen im Leben so schlecht? Führen schnell zum Gedanken, Gott brauche ich nicht, ich komme auch ohne den durchs Leben. Und wie Schlangengift vergiftet dieses Misstrauen unsere Beziehung zu ihm. Auf die Kupferschlange schauen ist ein Akt des Gehorsams. Ein Zeichen des Vertrauens. Es ist verrückt, auf diese Kupferschlange zu schauen, aber wenn Gott mir das sagt, dann tue ich das. Dieser kleinste Akt des Vertrauens ist wie Gegengift gegen das Misstrauen und macht die Beziehung zu Gott wieder lebendig. Heute schauen wir nicht mehr auf eine Schlange an einer Stange. Wir schauen auf das Kreuz Jesu, wenn das Misstrauen gegen Gott uns vergiftet. Denn da sehen wir, dass er uns wirklich liebt, sogar als Böse. Wenn du dir heute das Tagesevangelium anschaust, dann entdeckst du, wie Jesus dem Nikodemus das alles erklärt. Und im Nachtgebet heute bete ich für alle, die vom Misstrauen gegen Gott gebissen sind. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar. kurz. 220-22 Uhr learnen. Genau da. Also testen ein beslutenden Verhender mit uns in der Sendéis Gleich stuffed!